Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 4. April 2019, Maya-Kalender. Die Maya-Kalender ist für uns erstmal vielleicht fremdartig. Ich denke, auch die Bilder. Aber es lohnt sich, damit zu beschäftigen, weil das beschreibt ganz präzis die Qualität des Tages. Die haben das ganz genau beobachtet und auch berechnet. Nach diesem Maya-Kalender befinden wir uns gerade in neunten Welle. Insgesamt gibt es 20 Wellen. Die Zahl 20 ist auch eine von den heiligen Zahlen des Mayas. Und diese Wellen bedeuten Frequenzen, Schwingungen, Töne. Und diese neunte Welle dauert bis 6. April. In dieser Zeit, was 13 Tage dauert, haben wir Themen wie Wandlung, das sind die Erneuerungsprozesse, die Hindernisse aus dem Weg räumen, offen zu sein für etwas Neues. Kommt auch Heilung, Seelenreinigung und Herzensfeuer. Der heutige Tag ist der elfte Tag dieser neunten Welle. Und das ist die Zahl 11. So haben die Mayas das gezeichnet. Die Zahl 11 bedeutet bei den Mayas, mit diesem Tag berühren wir die feinstoffliche Energie oder wir verfeinern etwas. Bedeutet auch die Schwere hinter uns lassen und wir übergehen zum Leichtigkeit. Wir sind heute etwas empfindlicher und haben mehr Einfühlungsvermögen. Wir fühlen die Spiritualität, weil die Zahl 11 ist eine Meisterzahl bei den Mayas und symbolisiert die Spiritualität. Aber weil wir uns in einem feinstofflichen Energiefeld uns bewegen und wir verspüren auch unsere Intuition und lassen wir uns inspirieren, kommen wir näher zu unseren Visionen und Träumen, was hier dieses Bild symbolisiert. Ein Traum kann wahr werden. Die kosmische Kraftfeld symbolisiert Men. Men bedeutet übersetzt Adler. Und das heißt ein Weitblick. Oder wir sollen etwas von oben betrachten, wirklich wie ein Adlerblick, damit wir die Zusammenhänge erkennen. Men bedeutet auch spirituelle und materielle Fülle, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und jetzt zum Mondkraft. Wir befinden uns jetzt in einem neuen Mondzyklus. Ab heute beginnt die zehnten Mondzyklus und das nennt man planetarer Mondzyklus. Und das dauert 28 Tage lang bis 1. Mai 2019. In diesem Mondzyklus kommt der Hund in Vorschein als Krafttier. Und alles, was der Hund symbolisiert, wie zum Beispiel Treue oder Freundschaft oder Loyalität, das kommt jetzt in diesem Zyklus in die kommenden 28 Tagen in Vorschein. Nicht nur der Hund als Krafttier wirkt bei dieser Zeit, sondern auch die Erde Elemente. Und das heißt, kommt mehr Sicherheit, Stabilität. Wir werden unseren Ideen immer Tat umsetzen. Die heutige Mondenergie heißt Imisch und das ist die rote Drache und symbolisiert ein Neuanfang. Steht in Verbindung zum Urquelle, zum Urmeer, mit dieser Energie, mit diesem Potenzial, können wir jetzt etwas starten und wir verspüren diese Energie, diese schöpferische Energie. Amethyst und Asurid steht in Verbindung zu dieser Qualität, was wir heute erleben. Amethyst steht mit Uranus in Verbindung und das bedeutet Umbrüche und Veränderungen und das ist die Qualität. Und Amethyst als Halbedelstein unterstützt uns dabei, unsere Unsicherheit überwinden, unsere Zweifel oder Ängste loslassen. Asurid beeinflusst unseren Gefühlen, dass wir das intensiver wahrnehmen und damit wir intuitiv handeln können. Und das war die Botschaft aus der Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu, zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.